Bei Eileser sind wir Experten im Bereich der gesamten refraktiven Chirurgie. Das beinhaltet nicht nur die Augenlaserkorrektur, aber auch die Fackellinsenimplantation, wie auch der Linsentausch oder Grausch der Operation mit Spezialimplantaten. Wie wählen wir das entsprechende Verfahren für Sie aus? Was sehr wichtig ist, ist die Sicherheit der Behandlung, die Präzision der Behandlung, die möglichen Nebenwirkungen der Behandlung und auch die Nachhaltigkeit der Sehfehlerkorrektur mit einer entsprechenden Methode. Die Auswahl der entsprechenden OP-Methode ist höchst individuell an den Patienten anzupassen. Ein junger Boxer hat ganz andere Bedürfnisse wie ein Rechtsanwalt oder ein Busfahrer und das betrifft sowohl das Sehen wie auch die anatomischen Verhältnisse, welche sich während der Karriere oder während Ausübung der Tätigkeit verändern können.